Hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Clowny, Clownswelt, großartig. Schön, dass du da bist. Oh, da kommt direkt richtig Stimmung auf. Mit dir ist einfach immer schön, lieber Clowny. Zuschauer freuen sich. Ja, alles wieder auf den letzten Drücker hier. So Freunde, zur Einleitung für unser heutiges Hauptthema möchte ich nur ganz kurz unsere Verfassung zitieren. Artikel 5, um genau zu sein. Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Absatz 3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das können wir beiseite legen. Kommen wir kurz zu Absatz 2. Das bedeutet, anders ausgedrückt, dass du all das Sagen, Malen, Zeichnen als Lied komponieren darfst, was nicht gegen andere Rechte verstößt. Ja, weil diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Verstößt du gegen kein Gesetz, darfst du sagen und malen und so weiter, was du willst. Clowny, erzähl uns mal, was diese Clowns sich diesmal ausgedacht haben. Ja, meine lieben Freunde, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen und zwar zum 19. Oktober 2022. Ihr alle werdet euch sicherlich erinnern. Ein Thema, was dann kurz hochgekocht ist und dann wieder runtergekocht ist und andere Dinge wieder wichtiger wurden. Und zwar der Digital Services Act. Kurzumrissen ist im Endeffekt eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie Schlag mich tot. Das Wichtigste ist aber erstmal das Folgende, dass wir es hier mit einer Verordnung der Europäischen Union zu tun haben. Das heißt, im Endeffekt wird alles, was wir gleich besprechen werden, durch die EU verschuldet sein. Ja, das haben wir auch der EU zu verdanken. Man könnte jetzt mutmaßen, dass die Dinge, die ich besprechen werde, auch durch andere Hintertüren hätten eingeführt werden können. Aber das ist dann an der Stelle doch eine wunderbare Rechtfertigung. Wir machen doch hier nur das, was die EU uns vorgeschrieben hat. Von daher lang lebe die Europäische Union, meine lieben Freunde. Ich übersetze mal, ja, ihr hasst die EU noch nicht genug. Ja, man muss es sagen, damals gab es schon einen Kritikpunkt am Gesetzestext dessen. Und zwar, hier musste noch nicht ein weitergehen. Es ging um den Begriff Desinformation oder Disinformation. Wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Ob mit E oder I, ich glaube, keine Ahnung. Es gibt tatsächlich einen. Ich habe ihn vergessen. Du weißt ja, wie das bei Linken generell so ist. Ja, die entwerfen neue Worte und dann ist das immer ein hochkompliziertes Konstrukt, was dahinter steckt. Am Ende ist alles Bullshit. Das ist alles einfach Schwachsinn. Ja, es ist ähnlich wie Reverse Racism oder ähnliche Sprachkonstrukte. Es gibt da irgendeinen Unterschied. Aber frag mich nicht, was der Unterschied ist. Ja, das eine ist wahrscheinlich wirklich die falsche Information. Das andere ist eine Disinformation. Ja, davon wirst du dann gedisst oder so. Keine Ahnung, Alter. Geh mal ein weiter, damit dieser Witz nicht zu lange zieht. Auch hier Artikel 22 des Digital Services Act. Um den wird es heute im Endeffekt gehen, weil dieser umgesetzt wird durch das, was wir heute besprechen werden, und zwar die sogenannten Trusted Flagger. Und hier muss man einfach die einzelnen Abschnitte einmal vortragen, damit euch klar wird, was für eine Rolle diesen Trusted Flaggern zuteil wird. Abschnitt 1. Die Anbieter von Online-Plattformen ergreifen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit Meldungen, die von in ihrem ausgewiesenen Fachgebiet tätigen, vertrauenswürdigen Hinweisgebern, ja, das sind die Trusted Flagger, über die in Artikel 16 genannten Mechanismen übermittelt werden, hier wird es wichtig, vorrangig behandelt und unverzüglich bearbeitet und einer Entscheidung zugeführt werden. Also, diese sogenannten Trusted Flagger, ja, die vertrauenswürdigen Hinweisgeber, wie in Artikel 22 Digital Service Act festgeschrieben, werden mit dem, was sie melden, vorrangig behandelt und unverzüglich bearbeitet. Ja, also, wenn du so möchtest, und für jeden, der so ein Grundverständnis von Rede oder Meinungsfreiheit hat, klingt das schon so nach Blockwart. Es klingt einfach nach Blockwart, der noch mehr Mitbestimmungsrecht hat, wenn es um die Meldung von Inhalten geht, und zwar so eine harte Mitbestimmung, dass diese Meldungen nicht nur vorrangig behandelt werden, sondern unverzüglich bearbeitet werden und einer Entscheidung zugeführt werden, will meinen, dein Beitrag ist einfach weg. Wenn die das melden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Beitrag danach weg ist, sehr hoch. Also, um nicht zu sagen, 100 Prozent, ja, weil, steht in weiteren Statuten dieses Gesetzes drin, auch Strafzahlungen für diese Plattform fällig werden, wenn sie da fälschlicherweise nicht löschen sollten. Und das Resultat ist, sie machen es halt, damit sie es gemacht haben, dann ist halt dieser eine Post weg, mein Gott. Die haben die Wahlmöglichkeit, also, wenn du jetzt einen Tweet bei Twitter meldest oder du meldest ein Video, ein YouTube-Video bei Google oder so, dann ist halt deren Überlegung, entweder ich nehme das jetzt einfach runter, ja, weil sonst muss ich möglicherweise 50.000 Euro Strafe zahlen. Liege ich falsch, könnte derjenige Einspruch einlegen, möglicherweise es vor Gericht ziehen, das kostet mich 3.000 Euro. Und ist auch noch sehr unwahrscheinlich. Also, lösche ich die Scheiße. Ich frage da gar nicht erst nach, ich lösche es, weil ich diese 50.000 Euro nicht blechen will. Genau. Vorrangige Behandlung, unverzügliche Bearbeitung, von dem, was die Trusted-Flagger melden. Und hier Abschnitt 2. Da geht es dann um die Behörde, die Stelle vom sogenannten Koordinator für digitale Dienste des Mitgliedstaates. Das ist in dem Fall die Bundesnetzagentur bei uns. Und die bearbeiten dementsprechend Anträge des Antragstellers, der Trusted-Flagger werden möchte. Und der muss folgende Bedingungen erfüllen. A, die Stelle hat besondere Sachkenntnis und Kompetenz in Bezug auf die Erkennung, Feststellung und Meldung rechtswidriger Inhalte. B, sie ist unabhängig von jeglichen Anbietern von Online-Plattformen. Und C, sie übt ihre Tätigkeiten zur Übermittlung von Meldungen sorgfältig, genau und objektiv aus. Das ist gut, ja. Der Vorsatz klingt schöner, wie er nicht klingen könnte. Auch hier gerne einen Schritt weiter in die Pressemitteilung, die Bundesnetzagentur, die ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, sich jetzt mit Zensur im Internet zu beschäftigen, sondern mit unserem Bundesnetz. Ja, dazu zählt, soweit ich weiß, Telekommunikation und Co. Die machen eigentlich Infrastruktur, ne? Die sind eigentlich dafür da, mir hier eine Glasfaserleitung ins Haus zu legen oder so. Genau richtig, ja. Ja, hier ein neuer Fachbereich dann von denen an der Stelle. Ja, sie teilen uns hier mit. Es ist eine Pressemitteilung vom 1.10. Und ich muss dazu sagen, sie wurde abgeändert, aber dazu werden wir am Ende kommen. Das ist die Originalfassung, wie sie am 1.10. veröffentlicht wurde. Und zwar verkündigen sie uns dort, dass sie jetzt den ersten Trusted Flagger, also den vertrauenswürdigen Hinweisgeber, manche würden sagen, also der, ja, wir haben unseren Blockwart nun ausgesucht, der als Politkommissar euch jetzt in Social Media ganz genau auf die Finger schauen wird. Die Bundesnetzagentur hat heute den ersten Trusted Flagger, einen vertrauenswürdigen Hinweisgeber, gemäß dem Digital Services Act DSA zugelassen. Die Meldestelle Respekt der Stiftung zur Förderung zur Jugend in Baden-Württemberg mit Sitz in Sersheim erhielt heute die Zulassung. Die Meldestelle war die erste Organisation, die einen Zulassungsantrag bei dem Digital Services Coordinator DSC in der Bundesnetzagentur eingereicht hatte. Das ist übrigens, ich weiß gar nicht, ob da auch eine physische Person hinter steht, hinter dem sogenannten Digital Services Coordinator oder ob das einfach unser lieber Klaus von der Bundesnetzagentur selbst ist. Wir werden da gleich noch einen Clip sehen. Der Klausi. Ganz kurze Zwischenfrage, Herr Clowni. Haben bei dir schon mal Nachbarn geklingelt und gefragt, ob alles in Ordnung ist? Nee, noch nicht. Okay, alles klar. Meinst du jetzt wegen dem Rumgeschrei? Ich weiß nicht, ich finde, ich will das begründen. Nicht zu lange, aber ich will es begründen, warum ich da immer rumschreie, um den Leuten klarzumachen, dass allein diese Selbstbezeichnungen, diese Labels, die sich diese Leute da geben in diesen Behörden, dass ich da mittlerweile so die Nase voll habe, weil jedes dieser Worte einfach was komplett anderes bedeutet. Du, ich bin da ganz bei dir. Deswegen, wenn ich schon höre, Respekt, dann weiß ich, da steckt in der Regel weniger Meinungsfreiheit drin. Ja, da kriege ich also so eine lange Latte, ja. Man zitiert hier übrigens unseren Klaus Müller, ja, Zitat. Mit der Zulassung des ersten Trusted Flaggers setzen wir die europäischen Regelungen in Deutschland konsequent um, sagt Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur und kommissarischer Leiter des DSC. Plattformen sind verpflichtet, auf Meldungen von Trusted Flaggern sofort zu reagieren. Und hier kommt ein sehr wichtiger Satz, den ihr euch alle auf der Zunge zergehen lassen solltet. Illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Das hilft, das Internet sicherer zu machen. Da ist ja endlich der Bürokratieabbau, der mir seit Jahrzehnten versprochen wird. Ja, will meinen, bürokratische Hürde wäre, das muss erst ein Richter entscheiden. Ja. Ja, hier jetzt nicht mehr. Tut mir leid, mein Freund. Also das ist die bürokratische Hürde, die durch den Trusted Flagger, der ja vertrauenswürdiger Hinweisgeber ist, dann nicht mehr nötig zu sein scheint. Zumindest in erster Linie, der Beitrag ist dann erstmal weg. Und beim Rest schauen wir dann. Ja, aber erstmal ist der Beitrag weg, weil die Social Media Dienste dem nachkommen müssen. Ja, sind ja vertrauenswürdig, diese Hinweisgeber. Also auch hier, Abbau einer bürokratischen Hürde, gemeint ist also das rechtsstaatliche Verfahren, was eigentlich nötig wäre, um da zu löschen. Hier ist es dann entfernt. Das ist doch gut. Respect konzentriert seine Arbeit als Trusted Flagger vor allem auf soziale Netzwerke und Videoplattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Telegram. Alle sind sie dabei. Der Fokus liegt auf Identifizierung von Hassrede, terroristischer Propaganda und anderen gewalttätigen Inhalten, die in deutscher, englischer und arabischer Sprache verbreitet werden. Ich möchte mal das anmerken, dass Hassrede keine Gesetzesgrundlage hat. Es gibt dafür keine juristische Definition. Entsprechend, ich möchte an Artikel 5, Absatz 2 erinnern, du verstößt mit Hassrede, was auch immer das sein soll, gegen kein Gesetz. Nein. Wenn du gegen Gesetz verstoßen würdest, dann hätten die ja nicht geschrieben Hassrede, sie hätten geschrieben Beleidigungen, Verleumdung, irgendwie sowas in der Art. Haben sie nicht, sie haben das Wort Hassrede benutzt und Hassrede bedeutet gar nichts. Es ist ein magisches Wort. Wir leben in einer Welt der magischen Worte. Das habe ich auch schon in der Clowns-Welt gesagt. Und natürlich die sogenannten Fake News und auch an der Stelle eine falsche Tatsachenbehauptung oder was man jetzt als Fake News darstellen würde. Auch dieses bedeutet nicht besonders viel. Ja, genauso wie Fakten oder Faktenchecks sind eben beide auch zu einem gewissen Grad Meinungen. Ja, ich beziehe mich da auf die Gerichtsprozesse, die Tichys Einblick damals mit Korrektiv hatte. Da ging es um den Faktencheck zu den, ich glaube, Anteil derjenigen, die nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben, auf Intensivstation. Ja, da gab es dann immer wieder ein Faktencheck von Korrektiv gegenüber Tichys Einblick. Und dann hat Korrektiv sich mit denen auseinandergesetzt, dann auch offiziell. Und haben dann durch ihre Anwälte verlautbaren lassen, dass sie sich bei ihren Faktenchecks ja selber auch eigentlich, also sie haben sich dann berufen darauf, dass man die ja nicht angreifen dürfte, weil ein Faktencheck wäre auch eine Einordnung und damit eine Meinungsäußerung und damit seinen Faktenchecks von der Meinungsäußerung gedeckt, was im Endeffekt sagt, Fakten sind also Meinungen. Ja, also ein Faktencheck ist eine Meinungsäußerung, womit sie dann eigentlich zum Meinungschecker werden. Ja, also auch hier, Fake News hängt wahrscheinlich echt vom Blickwinkel ab. Ja, wie so oft. Ich lese weiter. Respekt konzentriert seine Arbeit, hatten wir schon, mit der Identifizierung von sogenannter Hassrede, ein Begriff, der juristisch nicht festgeschrieben ist. Was ist das? Und hier kann ich... Das ist die Rede, die sie hassen, wie, glaube ich, unter anderem Elon Musk sagte. Elon Musk liegt da wahrscheinlich auch nicht falsch. Im Zulassungsverfahren prüfte er der DSC die gesetzlichen Voraussetzungen. Ja, und anhand zahlreicher eingereichter Unterlagen, die Meldestelle Respekt konnte dabei ihre besondere Expertise, ihre Unabhängigkeit von Online-Plattformen sowie die präzise und objektive Weitergabe von Meldungen an die Online-Plattformen nachweisen. Die Unabhängigkeit vom Staat mussten sie übrigens nicht nachweisen. Also das ist ein Thema, was wir gleich weiter aufmachen werden. Trusted Flaggers für Online-Plattformen, auch hier noch einmal festgeschrieben, nur das unterstrichene einmal für euch. Plattformen sind gesetzlich verpflichtet, Meldungen von Trusted Flaggern prioritär zu behandeln und unverzüglich Maßnahmen, wie beispielsweise die Löschung der Inhalte zu ergreifen. Und dann kommen noch die Aufgaben... Wie das schön formuliert, wie beispielsweise die Löschung. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Das ist auch eine gute Frage. Schreiben wir dann eine E-Mail an den User und der soll dann Stellung dazu nehmen. Das wird halt nicht passieren. Nein, es heißt löschen. Es wird nicht passieren. Ja, es wird höchstwahrscheinlich löschen heißen. In 9,9 von 10 Fällen, ja. Auch dazu genau der Digital Service Coordinator. Das ist dann dementsprechend die Bundesnetzagentur. Sie zertifiziert außergerichtliche Streitbeilegungsstellen sowie vertrauenswürdige Hinweisgeber. Die Trusted Flaggers, wie ja jetzt Respekt, einer davon gewesen sind. Und der Digital Services Act, hier wird noch mal Werbung gemacht, in deren Pressemitteilung finde ich gut. Er ermöglicht einfacher gegen illegale Inhalte und Produkte, Hass und Hetze sowie Desinformation vorzugehen. Will meinen zensieren. Hass und Hetze sind keine Straftatbestände. Wenn wir wirklich über Beleidigung reden, dann muss es ein Richter entscheiden. Das ist klar. Ganz hoffst du nicht. Sie meinen damit auch keine Straftatbestände. Wenn sie die meinen würden, dann würden sie schreiben Volksverhetzung. Ja. Die schreiben das ganz bewusst nicht. Weil es eben nicht um Volksverhetzung geht, sondern um alles Mögliche, was ihnen nicht gefällt. Es sind magische Worte, ja. Hass und Hetze. Wie gesagt, keiner von denen könnte diese Worte wirklich definieren. Ja, darum geht es auch nicht mehr. Hören wir uns doch einmal unseren lieben Freund Klaus dazu an. Hier spricht er nämlich noch mal über die Position der Bundesnetzagentur hier als Digital Service Coordinator. Besonders bemerkenswert finde ich dort den letzten Satz. Film ab. Haben Sie sich auch schon mal geärgert, gewundert oder waren womöglich entsetzt, wenn Sie auf sozialen Plattformen Bilder, Videos, Texte gesehen haben, wo Menschen diffamiert, diskriminiert wurden, wo womöglich in kriegerischen Auseinandersetzungen Sie gedacht haben, das darf man doch nicht lesen oder sehen müssen, oder wo Ihnen Produkte angeboten wurden, Markenprodukte, die gar nicht wirklich echt sein können. All das begegnet vielen Menschen tagtäglich. Die Europäische Union hat gesagt, das, was in der normalen, analogen Welt verboten ist, das muss es künftig auch in der digitalen sein. Und die Bundesnetzagentur ist jetzt dank des Digitalen Dienstegesetzes ab heute dafür zuständig. Was können wir für Sie tun? Sie können sich jetzt bei uns beschweren. Sie können uns Hinweise geben. Sie können uns helfen, gegen Plattformen vorzugehen, die hier in der Beschwerdefunktion nicht auf Ihre Hinweise reagieren. Sie können uns helfen, systematische Risiken zu erkennen, die wir entweder gemeinsam mit der Europäischen Kommission in Brüssel oder hier in Deutschland angehen werden. Damit Plattformen ein sicherer Ort sind. Was wir nicht tun werden, ist Inhalte zensieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Nein, natürlich nicht. Aber dafür zu sorgen, dass Menschen sicher und vielleicht auch ein bisschen fröhlicher auf sozialen Netzwerken und E-Commerce-Plattformen unterwegs sind. Das ist unsere Aufgabe als Bundesnetzagentur, als neuer digitaler Servicekoordinator. Aber ich bin doch jetzt schon fröhlich und glücklich. Ist großartig, oder? Das ist total super, ja. Also du kommunizierst ja auch selber schon, dass das durchaus ein Geschmäckle hat, wenn du selber schon einräumen musst oder uns die Angst im Vorhinein schon nehmen möchtest, dass du ja aber nicht zensieren wirst. Also dürft ihr ja auch nicht. Warum sagst du es dann noch mal so deutlich? Ja, also die wissen schon ganz genau, wie das klingt und wie das aufgefasst werden wird und was dadurch auch möglich sein wird. Das wissen die an dieser Stelle. Und deswegen wurde es hier schon vorweggenommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich fühle mich jetzt auch noch mal ein Stückchen fröhlicher als vorher. Richtig cool. Ich bin mir quillt das Glück aus allen Körpererfüllungen. Es ist nicht zu fassen. Ich wollte auch gerade mal etwas Schlaues sagen. Ach so, genau. Bitte. Sachen, die offline verboten sind, müssen auch im Internet verboten sein. Das ist bereits der Fall. Du darfst niemanden beleidigen. Du darfst keine Volkswitzung begehen. Du darfst niemanden verleumden. Also das ist alles bereits illegal. Sie wollen halt einen Schritt weiter gehen. Und darum immer wieder Hass und Hetze und Hassrede und so weiter. Weil diese Sachen wollen sich im Internet haben. Wenn dich jemand im Internet beleidigt, kannst du eine Anzeige erstatten. Alles kein Problem. Ja, es geht auch unter anderem darum, dass ich glaube, damit soll auch unterdrückt werden, dass sich gewisse Videos von gewissen Ereignissen immer pünktlich, wie man sie auf Twitter findet, weiter verbreiten können. Dass sie direkt weggeflagt werden. Ich glaube, darum wird es unter anderem gehen. Er hat ja auch angesprochen, dass man da Sachen sieht, bei denen man sich wirklich fragt, Boah, ist das nicht ein bisschen zu krass gerade? Und so Plattformen wie Radio Genoa oder so, dass die am besten gar nicht mehr existieren, diese Accounts. Also so klingt es für mich. Und auch hier, gerade bei X, grundsätzlich, wir werden später noch über dezentrale Maßnahmen reden, die eigentlich mehr dafür geeignet sind. Sogenannte Desinformationen, also wirkliche, also jetzt mal wirklich, also ohne den Frame, sondern wirkliche Falschinformationen, die zu Factchecken. Dafür gibt es dezentrale Methoden, wie die Community Notes of X. Dafür braucht es keinen Staat, dafür braucht es keine Meldestellen, Trusted Flagger, mit irgendwelchen schleimigen Verbindungen, zu denen wir noch kommen werden. Da braucht es einfach nur die Community. Zumal, glaube ich, was auch immer jetzt Disinformation von Desinformation oder so unterscheidet, es ist doch mein gutes Recht, blödes Zeug zu quatschen. Also auch damit verstoße ich gegen kein Recht. Ja, ich darf blödes Zeug erzählen. Ich darf sagen, obwohl das könnte eventuell in dem Fall eine Beleidigung sein, mit den Echsenmenschen, wenn ich Scholz unterstelle, er wäre ein Echsenmensch, aber sagen wir mal, ich mache es ein bisschen freundlicher, Scholz ist in Wirklichkeit ein Alien. Und das könnte ich komplett ernst gemeint in der Kamera sagen, ich habe doch das Recht dazu, so einen Quatsch zu behaupten. Natürlich, natürlich, Kaspar. Ja, auch Lügen sind nicht strafbar. Bei Verleubnung können wir drüber reden. Ja, aber erst mal Lügen. Ja, also ich bin in Wirklichkeit eine Frau. Das ist alles in Ordnung. Manche würden sogar sagen, ich bin da sogar gesetzlich geschützt dagegen, dass du diese Lüge dann aufgreifst. Dann kannst du 10.000 Euro Strafe zahlen nach dem Offenbarungsverbot im Selbstbestimmungsgesetz. Aber das ist ein anderes Thema. Es kommt ja gar nicht mehr drauf an. Er hat es auf Twitter auch noch einmal dementsprechend beworben. Zitiert sich hier selber in dem Bild. Mit der Zulassung des ersten Trusted Flaggers setzen wir die europäischen Regelungen in Deutschland konsequent um. Da haben wir uns alle schon drauf gefreut. Deutschland mal wieder das effektivste Land im Umsetzen dieser Regelungen. Und auch hier schreibt man es. Wir haben Respekt zum ersten Trusted Flagger gemacht. Und ihr seht rechts, was ist denn mit Respecks Twitter-Account los? Der ist einfach nicht mehr da. Und ich möchte anmerken, dass dieser Post fast eine Million Views hat. dass er von einer Million Personen gesehen wurde. Und ganze 132 sind das, glaube ich, Likes bekommen hat. Ja, 139, um genau zu sein. Und 1600 Kommentare. Also gut angekommen ist er nicht. Nee. Ja, gut angekommen ist er nicht. Es erinnert an den letzten Post von HateAid. Ja, also es sieht nicht gut aus. Und wir sehen, Respekt hat auch keinerlei Online-Präsenz mehr. Das ist auch interessant zu sehen. Also zumindest auf X sind sie nicht mehr. Und dann schauen wir doch einfach mal rein bei Respekt. Ja, auch hier. Also Julian Reichelt hat es sehr treffend beschrieben. Man sieht es links oben in ihrem Logo. Der gute alte Rote, in diesem Fall der Magenta-Stern. Dem kann man keinerlei politischen Gehalt in irgendeiner Art und Weise zurechnen. Die Möglichkeit zu anderen politischen Symbolen sind rein zufällig. Absolut. Das kann nicht sein. Ja, das kann nicht irgendwie der kommunistische Stern sein, den Che Guevara auf seiner Kappe drauf hat. Der kann es nicht sein. Gegen Hetze im Netz mal wieder. Ja, was ist das? Kann auch keiner von denen definieren. Und ihr seht hier, das ist deren Meldemaske. E-Mail eintragen, Betreff rein, Screenshot rein. Und dann sorgen sich dann dementsprechend Respekt. Darum übrigens, so erfahren, meine Quelle ist an der Stelle dann Julian Reichelt bei seinem Achtung-Reichelt-Beitrag über Respekt. Die haben unter anderem schon angezeigt, einfach damit man das einordnen kann, die Bemerkung Dummschwätzer und zwar in Bezug auf einen grünen Landtagsabgeordneten. Ja, also da haben sie dann direkt angezeigt. Das sollte kontrastiert werden an dieser Stelle damit, dass hier ein Kollege von mir, ich weiß jetzt nicht, ob er namentlich erwähnt werden möchte, deswegen auf jeden Fall erst mal liebe Grüße. Ja, mein Lieber, du weißt, dass du gemeint bist, wenn ich über dich spreche. Er hat tatsächlich zwei, ich glaube mindestens zwei, drei Meldungen jetzt bei Respekt eingereicht und zwar zu Tweets, bei denen Herr Gauland als dreckiger Faschist und hinterhältiger Nazi bezeichnet wird. Da gab es dann dementsprechend auch E-Mails, die dann besagen, können wir leider nichts machen. Ja, ich bin schockiert. Ja, also da kommt dann zurück, da müsste Gauland dann selber gegen vorgehen. Das wären wir jetzt, also da melden wir jetzt erst mal nicht. Ja, also nur um das einmal hier einzuordnen. Die Neutralität werden wir in Folge auch noch weiter in Frage stellen. Keine Sorge, Freunde. Aber auch hier, einfach um sich in diese Orwellsche Realität einzufinden, in der wir uns befinden, warum nicht einfach mal den Imageclip dieser Meldebehörde einmal hier einspielen, damit ihr, auch gerade beim letzten Satz mal wieder, sind heute die letzten Sätze, die dem Ganzen noch einen ganz besonderen, ja, totalitären Spin geben. Also auch hier nochmal reinhören. Gut die Hälfte aller 16- bis 22-Jährigen war bereits Ziel von Hasskommentaren im Internet. Und die Zahlen steigen seit Jahren. Vielleicht hast du ja auch schon mal Hetz im Netz erfahren müssen oder fragst dich jetzt, was du tun kannst, falls dir so etwas mal passiert. Denn manchmal kann man das Gefühl bekommen, dass die Anonymität im Netz dazu führt, dass Hasskommentare einfach stehen bleiben dürfen. Aber das stimmt nicht. Und du musst dir das auch nicht einfach gefallen lassen. Denn auch im Internet gelten Gesetze. Hier darf dich genauso wenig jemand beleidigen wie auf offener Straße. Wer also rassistische Äußerungen von sich gibt oder verbotene Symbole teilt, der wird bestraft. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass die TäterInnen angezeigt werden müssen. Und so eine Anzeige zu schalten, das kostet natürlich Überwindung. Zur Polizei laufen, den Namen angeben, das macht man ja nicht jeden Tag. Und schon gar nicht bei jedem Hasskommentar im Alltag. Und genau deshalb gibt es die Meldestelle Respect. Wir wollen diese Hürden aus dem Weg räumen. Bei uns kannst du online eine ganz einfache Meldemaske ausfüllen und bleibst dabei anonym. Du musst zwar deine E-Mail-Gasse angeben, aber die brauchen wir nur, um dich zu informieren, wie es mit deiner Meldung weitergeht und um Rückfragen zu klären, wenn wir welche haben. Am besten schaust du einfach mal vorbei unter www.meldestelle-respect.de Unser Team prüft dann, ob wir das Gemeldete anzeigen können und ob es gegen deutsches Recht verstößt. Und dann kümmern wir uns um den ganzen Rest. Also die Anzeige, die in unserem Namen erfolgt, um die Kommunikation mit der Polizei, um die Beweissicherung, um die Löschanträge bei den jeweiligen Plattformen, also TikTok, Instagram, Twitter und ganz besonders auch darum, dass auch du Hilfe bekommst, falls du sie brauchst. Wir kümmern uns um jeden Hass, der öffentlich geteilt wird. Wir arbeiten zwar mit der Polizei zusammen, wir sind aber nicht die Polizei. Wenn du also einen Notfall hast, melde dich bitte bei der 110. Ach, und ganz wichtig, deine Meldung hilft. Selbst wenn wir etwas nicht anzeigen können, ist es sehr wichtig, nicht nur für die Statistik, sondern ganz besonders für die Veränderung von Gesetzen. Denn die Wahrnehmung des Problems ist der erste Schritt zur Lösung. Für mehr Respekt im Netz. Ja. Direkt mit innen einmal in die Fresse reingegendert bekommen. Ansonsten, ich habe ein paar Sachen, die ich gerne lustigen würde zu dem Video. Was denn das für eine abartige Wohnung, Alter? Heftig, oder? Also die Miete will ich nicht zu, Alter. Ich meine übrigens, also ich habe ein paar Mal Erfahrungen machen dürfen, mit Leuten, die Imagefilme drehen. Ich würde sagen, dieser 1,30-Clip, der hat mit absoluter Sicherheit mindestens 5.000 Euro gekostet. Diese Vereine schwimmen halt auch im Geld. Und da war da noch eine Sache, ich gucke mal, ob ich die Stelle nochmal finde. Du musst zwar deine E-Mail-Gresse angeben. Du musst zwar deine E-Mail-Gresse angeben. Also ich finde es bemerkenswert, mit diesem Budget und mit der Möglichkeit, so eine Aufnahme mehrfach zu machen, dass die mir dann was von einer E-Mail sagt. Ja. Also ist jetzt eine Spitzfindigkeit, ist nicht so, dass ich mir nicht ab und zu versprechen würde. Aber bei so einer Produktion dann von E-Mail-Aggresse zu sprechen, weiß ich nicht, Alter. Ja, aggressiv macht mich das auch, ja? Ja. Ja, und auch der letzte Satz, auch da, genau das, was die Dame hier in den letzten 20 Sekunden sagt in der Einstellung. Genau, bitte das noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ach, und ganz wichtig, deine Meldung hilft. Selbst wenn wir etwas nicht anzeigen können, ist es sehr wichtig. Nicht nur für die Statistik, sondern ganz besonders für die Veränderung von Gesetzen. Denn die Wahrnehmung des Problems ist der erste Schritt zur Lösung. Für mehr Respekt im Netz. Ja, das klingt wie Wahlkampf. Also bei diesen ganzen Vereinen, die irgendwelche Statistiken erheben zu, weiß ich nicht, angeblich rechter Gewalt, wo dann, wenn irgendwie ein Aufkleber gefunden wird, wo FCK, GRN steht, dann gibt es da eine Meldung zu, die möglicherweise mehrfach, kann ich ja nicht ausschließen, dass nicht der selbe Aufkleber mehrfach gemeldet wird, auf dem wohlgemerkt FCK, GRN steht. Und am Ende können die dann einmal im Jahr der SPD oder wer auch immer den Laden eigentlich finanziert sagen. So, hier bitteschön, euer nächster Wahlwerbespot ist dann damit fertig. Bei der Bundespressekonferenz könnt ihr dann wieder erzählen, dass wir über 15.000 Hasskommentare auf den Straßen und Hassaufkleber auf den Straßen entdeckt haben. Schlimm, schlimm. Ja, und auch an der Stelle die Ermunterung noch einmal im letzten Satz auch Dinge anzuzeigen, bei denen ihr euch noch nicht mal sicher seid, ob sie strafbar sein können. Hauptsache erst mal dort melden. Meldet die Sachen. Selbst wenn ihr wisst, es ist unter der Strafbarkeitsgrenze. Melden, dann kann nämlich Respect eine schöne Dunkelfeldstudie machen. Dann sagen, oh, so und so viele Fälle von Antifeminismus, Antiziganismus, was auch immer, ordnen sie dann in ihre Kategorien ein oder so. Und dann gehen sie damit zur Politik und kriegen ein bisschen mehr Geld. Also deswegen auch bitte darunter melden. Und im Hinblick auf den Digital Services Act auch hier noch einmal, das ist der Film, der ist so bei denen zu finden. Die Ermunterung. Melde auch unter der Strafbarkeitsgrenze. Dann machen wir da schon was. Ja, wir schauen einfach mal. Kann man ja mal weiterleiten. Und so. Nicht wahr? Auch hier unsere Erfolge seit 2017. Was sind die sogenannten Erfolge? Das sind 72.828 Meldungen, die seit 2017 eingegangen sind und 20.532 erfolgte Anzeigen, wo klar wird, also wir sind hier bei mindestens zwei Dritteln Meldungen, die gar nicht zur Anzeige gebracht werden, weil selbst die gesagt haben, das können wir nicht anzeigen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Bitte? Erstens, was soll denn dieser nicht volle Kreis hier zeigen? Es ist ja nicht das, was zu 100.000 fehlt. Also links haben wir die Grundgesamtheit. Alle eingegangenen Meldungen. Der Kreis müsste eigentlich geschlossen sein. Und wenn nicht, müsste man mir erklären, wieso ist der nicht geschlossen? Und rechts, das sieht dann so aus, als wenn drei Viertel dieser eingegangenen Meldungen zu einer Anzeige geführt haben. Die Zahl ist aber gerade mal ein Viertel so groß wie die Grundgesamtheit. Und ich möchte auch noch mal anmerken, dass selbst eine erfolgte Anzeige gar nichts bedeutet. Ich kann dich jetzt, Clownie, Anzeigen bei der Online-Wache. Das geht mal eben online. Und dann hast du eine Anzeige am Hals. Und dann kann ich sagen, der Clownie wurde angezeigt. Da laufen Anzeigen gegen den Clownie. Die können alle fallen gelassen werden, weil der Staatsanwalt sagt, aber wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was soll denn der Blödsinn hier? Also das bedeutet gar nichts, was da steht. Ja, es geht darum, einfach die Hürde zu senken, Leute zu diffamieren, äh, zu denunzieren im Internet. Darum geht es immer bei diesen Meldestellen, das kam ja auch in dem Clip vor und auch hier, der Erfolg an sich für die, der sogenannte Erfolg ist, dass so viel gemeldet wurde und so und so viele Anzeigen erfolgten. Von Verurteilungen kein einziges Wort. Keine Verurteilung wird hier aufgezählt. Sag mal kurz. 20.523 mal 5 gleich durch 60. Jetzt sind alleine 1000, also unter der Annahme, dass eine solche Anzeige zu 5 Minuten Arbeit bei irgendeinem Polizisten führen, sind da alleine 1700 Stunden an Arbeitszeit aufgelaufen. Was heißt, ich meine, kann es sein, dass ein Jahr 1800 Arbeitsstunden hat? Gute Frage. Ich glaube, es gibt so in etwa 200 Arbeitstage. Dann kommt da 8,5 raus. also in etwa, wenn ich das jetzt nochmal durch 200 teile, die ungefähre Anzahl der Arbeitstage abzüglich Wochenende, abzüglich Feiertage, abzüglich Urlaub, dann lande ich bei 8,55. Also das hieße, das wären 8,5 Stunden Arbeit pro Arbeitstag. Ein Polizist wird in diesem Land alleine dafür beschäftigt, wenn so eine Anzeige wirklich nur 5 Minuten in Anspruch nimmt, um die Anzeigen von diesem Saftladen durchzugehen. Ja. Weil wir haben sonst keine Probleme in diesem Land. Das sowieso nicht. Es ist der Hass im Netz, der uns vor allem Schwierigkeiten begleitet. Es sind nicht die Betonblöcke vor Weihnachtsmärkten oder die Schwimmbäder, die jetzt zwischendurch mittags schließen, um die Randalierer loszuwerden. Das ist es nicht, Kasper. Es ist vor allem auch die AfD, das muss man ganz klar sagen. Damit kannst du übrigens auch zur Förderung weiterspringen, so Transparenz, wie es sein könnte. Und hier wird die Unabhängigkeit vom Staat noch einmal klar, ja, gefördert von vor allem dem Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen. Wie immer bei diesen Läden. Unglaublich. Wie sind die nur, also jetzt schon, bevor ich den Rest überhaupt, es bricht aus mir heraus, Digga. Wie sind die denn der erste Trusted-Flagger geworden? Haben die sich auf einem fairen Wettbewerb gegenüber anderen Trusted-Flaggern, die sich angemeldet haben, fair durchgesetzt? Oder war das Teil des Plans? Einfach aus den Meldestellen, die man gefördert hat, im Rahmen, wie wir auch sehen können, Bundesfamilienministerium, Demokratie, Leben, dass wir die dann irgendwann mit dem Digital Services Act verknüpfen werden, damit das die Denunziationsplattformen werden, einfach damit die Leute politisch unliebsame Beiträge wegzensieren können. War das vielleicht der Plan? Also schwurbeldi, durbeldi an der Stelle, aber da ist wieder Steuergeld drin, also euer Geld. Und die sind der Trusted-Flagger geworden. Der Trusted-Flagger, der zwar unabhängig von den Plattformen agiert, aber wie wir sehen können, davon lebt, das pimpt der die Staat, denen halt die Kasse voll spült. Ja, dazu kommen, ja, die Kooperation mit der Bayerischen Staatsregierung, Staatsministerium für Familie, Arbeit, Soziales, Ministerium für Soziales, ich möchte das nochmal betonen, die CSU macht damit. Ja, eure Alternative, Digga, ja, die konservativen Hunde, die harten Hunde und auch hier, ich höre, Bundesfamilienministerium, da muss ich euch natürlich nochmal den Ausschnitt zeigen aus der Pressekonferenz, wo Lisa Paus, ich glaube zum Thema irgendeiner Online-Hassstudie, ich glaube neben ihr sitzt auch irgendein Vertreter von HateAid noch dazu, ja auch sehr regierungsfern, wie sie ja ihre Vorsätze äußert, ihre Schlüsse aus dieser Studie, die natürlich herausgefunden hat, ganz, ganz viel Hass im Internet und auch hier bitte einmal die Worte auf der Zunge zergehen lassen und sich dann fragen, was dann die Motivation sein kann, eben diese Läden durch das Familienministerium, was sie ja leitet, zu fördern, die dann wiederum diese Position haben, die dann wiederum mutmaßlich zu Zensur im Internet führen könnten. Einmal Film ab an der Stelle, Kasper. Wir wollen außerdem den Unstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social Media Plattformen gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, also, was ich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen halt sagen darf, also sprich, wo ich keine Straftat begehe, ja, das wissen einige Leute, okay. Ja. Auch wenn ich als Gesellschaftsministerin nicht federführend für den Digital Services Act und das Gesetz gegen digitale Gewalt zuständig bin, Sie wissen, da ist das BMDV zuständig und das BMJ, kann ich klar sagen, wir als Bundesregierung, wir werden da, wo nötig, Gesetze überprüfen. Ja, also, so viel also zu einer Frau Lisa Paus, auch gerade in Bezug darauf, dass diese Hater im Internet, ja, die Hater, die wissen, was gerade noch so, was gerade, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp unter der, unter der Strafbarkeitsgrenze, ganz knapp, also komplett legal und damit kein Ding von euch, nichts, was euch interessieren sollte, nichts, was irgendeine Behörde interessieren sollte, weil es komplett legal ist, ja, aber die Hater wissen es, ne, es ist ganz knapp unter der Grenze, es ist wie die, wie dieser Vorwurf vom Y-Kollektiv gegenüber ein Golan, wo sie gesagt haben, damit bewegt sie sich haarscharf, haarscharf zur Grenze, Relativierung, ja, das war ja das, was sie ihr da rausgestrickt hat, haarscharf, also nein, also relativiert sie gar nichts, also hat sie nichts getan, aber wir wollten es nur mal sagen, es war knapp davor, alles klar, auch in diesem Falle, ja, die Dame, Bundesfamilienministerium, ist ihr Laden, im Endeffekt, hier für die Laien ausgedrückt und das Geld über das Förderprogramm Demokratie leben steckt in Respekt drin und man kann sich an dieser Stelle schon fragen, boah, wie sind die denn Trusted-Flagger geworden? Auch hier wiederum Respekt ist Teil der Initiative Ach Kasper, wir sind in einer Welt der magischen Worte, Toleranz im Netz. Mhm, ich sehe es schon. Die unter anderem darin besteht, in ihrer grenzenlosen Toleranz Meldestellen zu betreiben, die dazu ermuntern, auch ausdrücklich Sachen unter der Strafbarkeitsgrenze zu melden. Das ist auch die Toleranz, die dort zum Tragen kommt an der Stelle und auch hier gerne einen Schritt weitergehen, weil wir jetzt ein bisschen in den Ursprung der Meldestelle Respekt hinein diven, meine lieben Freunde, es ist ein Rabbit Hole. Ja, dieser wirklich unendlich viele Videos stecken allein in den Läden, die durch Demokratie Leben Geld bekommen haben. Unendliche Recherchen stecken dort drin, weil wenn Leute vom tiefen Staat reden, dann ist das damit gemeint. das ist dieser Finanzierungs- und Stiftungs-Sumpf, den wir hier auch in seiner vollen Tragweite sehen. Im deutschen Sprachgebrauch nennt man es auch den Parteienstaat. Da war ja, ich glaube, Anfang des Jahres ein AfDler, der ins Kreuzfeuer geraten ist, weil er sowas ähnliches sagte wie, wir müssen diesen Parteienstaat abschaffen. Er hat das dann in einem späteren Interview noch mal mehr als ausführlich geschildert. Es geht darum, dass sich bestimmte Parteien, hier bestimmte NGOs ranzüchten, die es natürlich finanzieren. Vergesst nicht, die Milliarde gegen rechts, die wir Merkel zu verdanken haben, der CDU, die ist ja in Vereine wie Demokratie Leben geflossen. Was da für Gelder locker gemacht werden, damit linke Pressure Groups ihrer Arbeit nachgehen können, ist, also es ist unverschämt. Ja, 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 am Anfang steht Kretschmann, ja, wir lesen es hier bei News im Artikel So viel Staat und Geheimdienst stecken in der neuen Zensur. Eine entscheidende Rolle spielte hierbei die grün-schwarze, ja, für die CDU Kacks unter euch, Alter, ja, auch die schwarze Landesregierung, zum Teil auch grün, ja, unter dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. 2017 gründete sie die Meldestelle Respekt. Knapp 160.000 Euro hat Respekt seit 17 aus dem Landesministerium für soziales Gesundheit und Integration bekommen. Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 21 schrieben Grüne und CDU den Kampf gegen Hass offiziell fest. Zitat, Hass und Hetze vergiften unsere Gesellschaft von innen. Wir gehen gemeinsam gegen jede Art von Hasskriminalität und Hate Speech vor. Also, Hate Speech ist keine Hasskriminalität, damit nicht illegal, damit nicht kriminell und damit gehen wir trotzdem also dann gegen Meinungen vor, die wir als Hass erachten, so klingt es. Entschieden, geschlossen, die Reihen festgeschlossen an der Stelle und mit vielfältigen Maßnahmen, ja, eine davon ist an der Stelle Respekt. Um das Vorhaben des Koalitionsvertrages umzusetzen, berief die Koalition eine Taskforce gegen Hass und Hetze ein. Auch das Wort Hetze, also für die politisch Informierten, auch bekannt unter anderem aus der DDR, die sogenannte staatszersetzende Hetze, ja, also ich habe das Gefühl, alte Worte tauchen prominent wieder auf. Der CDU-Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, erklärte dazu, die Taskforce wird Schrittmacher, ein ganz wichtiger Ideengeber und gleichzeitig gestaltender Motor für die Arbeit in unserem Kabinettausschuss sein. Der Taskforce gehören sowohl das Landeskriminalamt als auch das Landesamt für Verfassungsschutz an. Zudem mehrere Institutionen, die in den Bereichen Bildung und Medien tätig sind, muss ich jetzt auch nicht alle vorlesen. Wichtig, der Verfassungsschutz gehört also auch zur besagten Taskforce. Das ist gut. Und auch hier einen Schritt weiter gerne. Hier sind wir nun wieder auf der Seite Initiative für Toleranz im Internet. Und da könnt ihr es sehen. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg ist Mitglied dieser Initiative. Genauso übrigens auch wie ein alter Bekannter, die guten Freunde von HateAid. Ja, man könnte mutmaßen, vielleicht sind die ja der nächste Trusted Flagger. Schön wär's. Auch insgesamt dort waren es, glaube ich, ungefähr 4,5 Millionen Euro Steuergeld, die HateAid bezogen hatte in Summe. Auch hier bietet es sich an, wo wir dann auf der Seite Initiative Toleranz im Internet sind, einmal in deren FAQ reinzugehen. Auch hier haben wir nämlich ein interessantes FAQ und ich habe die wichtigsten Fragen für uns hier einmal rausgeholt, weil wir hier Antworten bekommen auf lange nicht beantwortete Fragen. Zum Beispiel, wie sehen die das denn? Was sind Hasskommentare oder auch HateSpeech? Wir lesen, Hasskommentare sind von intensiver Abneigung und Feindseligkeit geprägte Aussagen, die sich gegen eine Person oder auch eine ganze Gruppe richten. Sie können in Social Media, aber auch in anderen Bereichen im Internet vorkommen. Fällt dir was auf, Kasper? Ja, es ist kein Straftatbestand. Ich darf intensiv abneigen, was auch immer oder wen auch immer ich möchte und ich darf auch, jetzt ist die Frage, wie ist Feindseligkeit definiert? Also du merkst, selbst dann, wenn die es jetzt definieren, kommst du in die nächste Definitionsfrage rein, ja? Ich darf auch sagen, dass ich Zuwanderer aus Afghanistan ablehne. Ja, dass ich der Zuwanderer aus Afghanistan feindselig gegenüberstehe. Das darf ich sagen. Ja, ich darf nicht sagen, jeder Afghane ist ein krimineller Kind. Aber ich darf sagen, ich lehne Zuwanderung aus Afghanistan ab. Ja. Und das wäre feindselig. Das wäre sicherlich feindselig, auch du kannst wahrscheinlich auch sagen, ich lehne diese Regierung ab, weil ich das Gefühl habe, sie wollen Deutschland auflösen wie ein Stück Seife. Auch das wäre im Endeffekt Hate Speech, aber immer noch nicht strafbewehrt. Und hier lesen wir es auf deren eigenen Seite. Aber gleichzeitig geht es doch bei Respekt darum, Hass zur Anzeige zu bringen und im Rahmen des Digital Service Act ist ja auch darum, dass die Trusted Flagger auch diesen sogenannten Hass ohne bürokratische Hürden entfernen können. Also sind wir jetzt nicht mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass wir einfach über Zensur reden? Also in meinen Augen schon. Ja, aber halt, sie machen es ja ganz clever. Wenn ich nochmal kurz auf das Grundgesetz zu sprechen kommen darf, wie wir in der Corona-Krise gelernt haben, ist das Grundgesetz eine Handlungsanleitung für den Staat und nicht für den Bürger. Also was darf der Staat? Der Staat darf nicht zensieren. Es findet keine Zensur, Staat heißt, der Staat darf nicht zensieren. Die Trusted Flagger sind ja nicht der Staat. Die liegen nur durch Zufall mit Regierungsparteien im Bett, aber die sind nicht der Staat. Das sind ja keine Beamtin, die Beamtengehalt dafür bekommen, dass sie das tun, was sie tun. Das ist irgendein privater Verein, der durch Zufall zu 120 Prozent auf Linie ist. Ja, das ist der Knackpunkt. Du kannst nicht gegen die Entscheidung von irgendeinem Verein vor dem Verwaltungsgericht klagen. Mhm. Mhm. Das kannst du gegen den Staat machen. Das kannst du nicht gegen Hate Aid oder gegen Respekt machen. Das geht halt nicht. Und an der Stelle wird es zumindest mir persönlich, ja, meine Meinung, Freunde, ja, wird ja noch erlaubt sein, Stück für Stück immer klarer. Es geht darum, dass die Drecksarbeit geoutsourced wird an Engie aus, denen wir aber trotzdem schön die Kohle in den Allerwertesten schieben und zwar dauerhaft über unsere Förderprogramme und damit üben wir eigentlich de facto das aus, was grundgesetzwidrig wäre. Aber wen interessiert das denn? Also wir sind es ja nicht. Also es ist ja, es ist ja Respekt. Na gut, die leben von uns, aber grundsätzlich sind wir es ja nicht. Auch hier bekomme ich auch Hilfe, wenn Kommentare, Aktionen nicht strafbar sind. Ja! Auch wenn Hasskommentare nicht strafbar sind, können diese verletzend sein. Aua. Die Polizei lässt niemanden hilflos zurück und unterstützt alle Betroffene, oft in enger Zusammenarbeit mit Hilfseinrichtungen. Nahezu alle Ansprechstellen für Betroffene bieten Hilfe unabhängig von der Strafbarkeit der Kommentare an. Bei den Social Media Plattformen kann eine Lösung der verletzenden Kommentare auch von Betroffenen selbst beantragt werden. Derjenige, der psychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss, weil es ein Kommentar im Internet gab, was seine Gefühle verletzt hat, was nicht mal strafbar ist. Also wir sind ja wirklich bei dem Niveau von, da ist jemand anderer Meinung als ich. Bitte, Herr Psychologe, helfen Sie mir. Ich zerbreche daran. Ja, 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 eben. Klar, genau darum geht es. Es geht also auch darum, durch dieses FAQ klarzumachen, in meinen Augen, dass du hier dazu motivierst, auch ohne, ohne der Strafbarkeitsgrenze erstmal diese Initiative hier nutzen zu wollen. Strafbar oder nicht? Ja, es kann dich ja verletzen. Und meine lieben Freunde, Verletzung geht ja nicht. Ja? Nächster Punkt. Der letzte aus dem FAQ. Was ist der Unterschied zwischen Meinung und Hass? Ist das nicht interessant, Kasper? Die Antwort. Eine Meinung spiegelt die persönliche Ansicht, die Überzeugung oder Einstellung wider. Hass wiederum ist ein starkes Gefühl der Ablehnung und der feindseligen Abneigung. Hass muss nicht immer heißblütig sein, sondern kann auch kalt und berechnend eingesetzt werden. Okay, ist also nicht strafbar, es ist ein Gefühl. Wir können Gefühle leider nicht unter Strafe stellen. Hier versuchen wir es. Zumindest versuchen wir diese Gefühle aus dem Internet zu verbannen durch unsere Trusted Flagger, so scheint es. Und hier kommen wir der Sache auch auf die Spur, inwiefern, so in meinen Augen, hier Respect eben nicht Trusted Flagger geworden ist, weil die jetzt so toll sind, weil die so besonnen mit den Anzeigen umgehen und überhaupt erstmal grundsätzlich hast du überhaupt verstanden, wofür es jetzt für einen rational denkenden Menschen diesen Laden überhaupt braucht, wenn es eine Online-Wache gibt. Hast du das überhaupt verstanden? Ich nicht. Für denjenigen, der das gut heißt, der keult die Scheiße wieder, die er gerade gelesen hat. Für jeden normalen Menschen steht das am Ende, was schon am Anfang stand. Was wollt ihr eigentlich? Strafbare Handlungen kannst du anzeigen. Alles andere hat euch nicht zu interessieren. Was soll der Scheiß? Und wieso muss ich dafür bezahlen? Es geht darum, dass du zum Sofa-Denunzianten werden kannst und sie dir die schwere Arbeit, sie wollen die Hürde, Leute bei Behörden anzuschwärzen, einfach senken. Deswegen Screenshot machen, da einfügen und abschicken und nicht selber dir noch die Blöße geben, mit Klarnamen zur Polizei zu gehen. Ich habe das Gefühl, darum scheint es zu gehen und auch hier Pauline Voss, Superjournalistin an der Stelle. Sie hat versucht herauszufinden, warum es denn jetzt Respekt geworden ist. Also für uns alle ist es zwischen den Zeilen klar, das ist unsere NGO im Endeffekt, ja, aber hier, ich zitiere, die Meldestelle Respekt ist seit Oktober ein Trusted Flagger, ein vertrauenswürdiger Markierer, also dessen Meldungen von Hass und Hetze die sozialen Netzwerke prioritär bearbeiten müssen, im Endeffekt, also sie löschen in der Regel dann, nun erklärt die Bundesnetzagentur, die für die Zulassung zuständig ist gegenüber News, elf weitere Organisationen haben einen Antrag gestellt und wollen ebenfalls Trusted Flagger werden. Das ist schön, ich habe mich noch nicht beworben, grundsätzlich, wir erfahren noch nicht, wer diese Organisationen sind. Aber auch hier, ich möchte in dieses Rabbit Hole nicht zu tief einsteigen, aber das scheint der Präsi zu sein von der Meldestelle Respekt, Achmed, heikel Jafar, ja, er brüstet sich selber vor fünf Tagen auf Facebook oder wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Screenshots waren es fünf Tage mit den Worten erster Trusted Flagger in Deutschland, Hashtag DSA, Hashtag Trusted Flagger, Hashtag gegen Hass im Netz, ja, also gegen Gefühle im Netz, ne, und News hat sich da nochmal genau angeschaut, um wen es geht, er selber tatsächlich ein Gelehrter des Propheten zu einem gewissen Grad und auch ein Mann, der, ähm, ein Glossar, hat er nicht in Ägypten studiert? Er hat in Ägypten studiert, der hat auch eine Reise hinter sich, ne, das muss man sagen, ähm, seine Personalie soll jetzt nicht allzu wichtig werden, ja, also sie, sie haben bei News einen sehr allumfänglichen Artikel darüber geschrieben, wo dieser Mann war, mit wem er schon am Tisch saß, ähm, dass er übrigens auch unter anderem an einem Glossar mitgewirkt hat, ein Glossar über, ähm, muslimische Begriffe anscheinend, äh, die er auch für Organisation XY analysieren sollte und für uns übersetzen sollte, da hat er unter anderem die sogenannte Fatwa übersetzt und, äh, die beschreibt er als sogenanntes Rechtsgutachten, ne, er erklärte das 2021 als Islamwissenschaftler für das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, Begriffe aus dem islamistischen Kontext, ja, die hat er in einem angelegten Glossar da erläutert und Ahmet Jaffar übersetzt zu Recht den Dschihadismus als das Phänomen des militanten Islamismus, ja, also das Phänomen des Heiligen Krieges im Endeffekt, ja, also bum bum, ala waqba, doch bei dem Begriff Fatwa scheint er weniger kritisch zu sein. Seine Übersetzung von Fatwa, Zitat, eine Rechtsauskunft, die von einem muslimischen Rechtsgelehrten erteilt wird, um eine religiöse Fragestellung beziehungsweise ein rechtliches Problem zu klären. Ja, ich meine, du bist ja ein Islam-Gelernter, nicht wahr, Kasper? Ja, jetzt nicht mehr widersprechen. Was ist denn das? Ich habe auch gelernt, dass eine Fatwa ein Rechtsgutachten ist. Ja, ist ein schöner Frame eigentlich, ja. Und ich kann halt auch eine Fatwa auf den Kopf einer Person aussprechen. Gemäß Lesart des edlen Kur'an ist es notwendig, dass sich irgendwo auf der Welt ein Muslim findet, der, ja, ist da, der Inder, die satanischen Ferse, der mittlerweile in den USA lebt, jedenfalls, dass ihm der Kopf abgesäbelt gehört. Rushdie oder was? Ja, Salman Rushdie. Genau, der iranische Staat verurteilte Salman Rushdie, also Islamkritiker und Publizist, 1989 zum Tod. Die Todesfatwa von Ayatollah Khomeini überschattete Rushdis halbes Leben. Dann im Jahr 22 wurde er Opfer eines islamistischen Antats, verlor sein Augenlicht auf dem rechten Auge. Das war auch Fatwa, ja, die sogenannte Todesfatwa. Aber ja, gut, ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu tief in diese Personalie einsteigen. Auf jeden Fall ein Mann Gottes, mit dem wir es hier auch an der Stelle zu tun haben. Der, äh, Vorsitzender, ähm, Director der Meldestelle Respekt. Darüber hinaus, wir haben vorhin ja... Also der Zensur-Obermufti ist zufälligerweise ein mindestens sehr gläubiger Muslim. In Deutschland wird gemerkt. So ist es, mein lieber Freund, so ist es. News hat nachgefragt. Sie haben nachgefragt bei der Bundesnetzagentur, wie ist das denn jetzt gekommen? Ja? Wie ist das denn jetzt der Trusted-Flagger geworden? Wie kann das sein? Was ist da los? Und sie konnten nicht so wirklich erläutern, warum. Ja, also ich, ähm, versuche, versuche hier gerade die, äh, Stelle einmal euch, ähm, rauszuziehen, wenn ich sie denn finde. Ist aber auch nicht so wichtig. Es geht darum, sie konnten nicht wirklich darlegen, abseits von, 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 äh, Phrasen, dass die dafür geeignet wären, weil auf Nachfrage von News, wie es denn mit der Verurteilungsquote aussehe, konnte man da nichts melden, konnte man da nichts sagen. Ja, die haben auch nicht mehr Informationen als 70.000 Anzeigen, äh, 20.532 Anzeigen und 72.000 Meldungen. Also von Verurteilungen weiß keiner was. Womit du also keinerlei Maßstab hast, nachdem du beurteilen könntest, ob die denn zu Recht irgendwas angezeigt hätten oder zur Anzeige gebracht hätten. Und damit mache ich ja keinen Wahlkampf. Ich mache Wahlkampf mit den Meldungen und mit den Anzeigen. Das reicht ja für dich aus. Ja, ja, aber genau. Also bist du Trusted Flagger wegen dem Wahlkampf. Ja, sicher. Ich meine, deswegen kriege ich ja die Kohle. Ja, also es geht nicht darum, dass sie zu Recht, also Anzeige erstattet, heißt nicht Verurteilung, heißt nicht, wird nicht eingestellt, heißt nicht, ist zu Recht angezeigt worden. Das ist nicht ersichtlich. Diese Statistiken bekam auch News nicht auf Anfrage präsentiert. Deswegen ist davon auszugehen, an dieser Stelle in meinen Augen, dass, naja, die Förderung eigentlich alles darüber sagt, warum die jetzt der Trusted Flagger geworden sind. Sie sind halt Teil des Stiftungs- und Finanzierungssumpfes unserer Bundesregierung. Beschwichtigungen sind das nächste Thema. Es gibt ja manche Drecksblätter, die dann den Skandal natürlich mitbekommen haben und die Kritik. Und bei der Süddeutschen Zeitung, mein allerliebstes Drecksblatt, kommt tatsächlich eine gewisse Petra Densborn zur Sprache. Das ist die Vorsitzende der Jugendstiftung Baden-Württemberg, die die Meldestelle Respekt 2017 gegründet habe. Sie schickt vorweg, man melde weder Behörden noch Plattformen einfach nur irgendwelche unliebsamen Meinungen. Schon gar nicht durchforstet man Aktiv Instagram XETC nach Meldewürdigen schon allein, weil die Fachleute von Respekt gar keine Zeit dafür hätten. Ach so. Ach, die haben noch nicht mal Zeit dafür. Densborn sagt, ich lese weiter, sie hätten täglich vier, fünf Leute im Dienst, Juristen, Sozial- und Religionspädagogen und die seien ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und die seien komplett ausgelastet mit dem, was schon bei ihnen landet. Im Schnitt 85 Meldungen pro Tag. Vor zwei Jahren, als die Meldestelle längst aktiv war, nur halt ohne offiziellen Auftrag als Trusted-Fleger waren es noch 27. Also, zum einen... Hört die mir jetzt leidtun oder was? Also diese 85 Meldungen, die geht mal kurz durch. Bei 90% sagt man, bist du bescheuert, Alter, du verschwendest unsere Zeit, du Idiot. Und bei den restlichen 10% sagt man, hier onlinewache.de mach mal eine Anzeige. So, Problem gelöst. Wir reden über vier bis fünf Leute. Ja, vier bis fünf Leute, die einen ganzen Tag damit beschäftigt sind, 85 Meldungen durchzugehen. Da hast du 20 pro Person. Da klickst du durch. Okay, da hat jemand gesagt, die AfD ist die Lösung. Nein, okay, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht. Einen ganzen Tag, alles klar. Machen wir es mal seriös. Ja, ich kriege 85 Meldungen und will die jetzt wirklich ernsthaft durchgehen. Ich weiß, ob die andere Kommunikationskanäle zu den Behörden haben, als sie mir zur Verfügung stehen. wäre auch gar nicht nötig, für ein Gehalt, was die wahrscheinlich kassieren, gehe ich liebend gern alleine am Tag 85 Meldungen durch und sagen wir mal, nur 20% sind Blödsinn. Den schicke ich einen vorgefertigten Text, ja, leider ist ihre Meldung von der Meinungsfreiheit gedeckt. Guten Tag. So, dann habe ich 20% weg und die restlichen, die gebe ich kurz ein bei der Online-Wache, füge auch da einen Text ein, ja, hallo, in dem Account, Accountname, wurde am Datum folgender Tweet oder Post oder ähnliches abgesetzt. Siehe, Anhang, guten Tag, fertig. Also, ich nehme an, selbst wenn da mehrheitlich Strafrechtliches gemeldet würde, dann wäre man damit ein paar Stunden jeden Tag beschäftigt. Dafür brauchst du keine vier oder fünf Angestellten, die vor Arbeit kaum noch denken können. Ja, und das, was wir gerade gehört haben, ist auch gelogen in meinen Augen, weil du in deinem eigenen Werbespot, in deinem eigenen Imagefilm sagst, meldet auch unbedingt Sachen, die vielleicht, also, wo ihr euch nicht sicher seid auf Strafbauen. Meldet, meldet, meldet. Und hier steht mal, melde weder Behörden noch Plattformen, einfach irgendwelche unliebsamen Meinungen. Das widerspricht sich. Das widerspricht sogar dem Leitfaden, den die Trusted-Flagger folgen müssen, laut Digital Services Act oder laut Bundesnetzagentur. Hier lesen wir, dabei spricht die Regierung im Leitfaden wörtlich davon, dass die Trusted-Flagger das Netz überwachen und Inhalte aufspüren sollen. Oh, das ist interessant. Das heißt, da wird nicht nur gemeldet, ja, also, oh nein, hier hat jemand gesagt, Markus Söder steht sein Bart nicht, das melde ich, sondern, die suchen also aktiv. Der Auftrag im Leitfaden der Regierung für die Trusted-Flagger sagt, ich wiederhole es nochmal für jeden von euch, sie sollen überwachen und Inhalte aufspüren. Wie kann das sein, wenn das im Leitfaden steht, dass ich bei der Süddeutschen Dreckszeitung lese, dass die Vorsitzende der Meldestelle Respekt, oder Entschuldigung, der Jugendstiftung Baden-Württemberg, dass die uns dann sagt, man melde weder Behörden noch Plattformen irgendwelche unliebsamen Meinungen und schon gar nicht durchforstet man aktiv Instagram X etc. nach Meldewürdigen schon allein, weil die Fachleute gar keine Zeit dafür hätten. Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Frau lügt oder die weiß gar nicht, was die tun müssen. Ja, beides. Es sind zwei gute Möglichkeiten, die wir hier zur Auswahl haben. Kann ich auch kurz weiterlesen. So werden Organisationen, die sich als Trusted-Flagger bewerben, im Leitfaden aufgefordert. Zitat. Also, falls ihr eine Organisation habt und euch dort bewerben möchtet, ist das, jetzt hier bitte zuhören, wenn ihr vorher nicht zugehört habt, hier schon. Beschreiben sie, wie sie die zu überwachenden Inhalte und Plattformen auswählen. An anderer Seite heißt es, an anderer Stelle, geben sie gegebenenfalls die Bereiche illegaler Inhalte und die Arten von Online-Plattformen an, die sie überwacht haben. Auch geht es um Schulungen, um ihr Verständnis für die technischen Werkzeuge und die Überwachung, Überwachung, der Plattform zu verbessern. Der Leitfaden beschreibt konkret, wie sich die Regierung diese Überwachung vorstellt. So müssen die Organisationen im Bewerbungsprozess nachweisen, über welche Erfahrungen mit dem Aufspüren, Identifizieren und Melden illegaler Online-Inhalte sie verfügen. Also hätte man getreu dem Leitfaden Respekt eingestellt, hätten sie nachweisen müssen, dass sie aktiv bespitzeln, um dann zu melden. Das, was die Dame vorhin alles dementiert hatte. Interessant. Also, wie gesagt, entweder sie wissen es selbst nicht oder wir werden einfach nur verarscht. Ich denke, sie verarschen uns. Das ist die Online-Stasi. Es könnte sein, ja. Also den Rest müssen wir uns an der Stelle gar nicht durchlesen. Da geht es noch um die Verwendung der Methoden, ob man KI-Tools dafür verwendet, was auch immer. Die könnte übrigens auch den vier Mitarbeitern dort viel Arbeit abnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Gigantischer Sch***sturm. Und jetzt ändern die einfach ihr Presse-Statement. Bundesagentur lässt erst malig Trusted-Flagger für Online-Plattformen in Deutschland zu. LL Uns. Was auch immer das bedeutet. LL Uns hat zur ursprünglichen Version der Pressemitteilung berechtigte Kritik erreicht. Es waren illegale Inhalte, illegaler Hass und illegale Fake News gemeint. Es gibt keinen illegalen Hass. Was ist denn illegaler Hass? Sie machen es schlimmer und nicht besser. Es ist unglaublich, oder? Wir haben den Text an dieser Stelle präzisiert und einen Satz ergänzt, der Missverständnisse ausräumen soll. Okay, also, ah, es geht also doch nicht nur um Hass. Ja, und in dem Imagefilm von Respekt, da ist auch nichts zum Spaß drin, dass man auch einfach mal melden soll, auch wenn es wahrscheinlich nicht strafrechtlich relevant ist. Und eine Lisa Paus, die hat sich auch nicht umsonst in dieser Art und Weise als die Frau von dem Ministerium, dessen Programme auch für Respekt eben die Kohle ranschaffen, die sich dann äußert mit und die Leute, die Hass im Netz verteilen, die wissen ganz genau, was ganz knapp unter Strafbarkeitsgrenze ist, ja? Und trotzdem ist es Hass. Ja, all das passt da irgendwie nicht zusammen damit, dass wir jetzt doch nur über illegalen Hass reden. Und illegal, was sind denn illegale Fake News? Was sind illegal, ich würde mich mit der Beantwortung dieser Frage zufrieden geben. Was sind illegale Fake News? Welchen Quatsch darf ich nicht erzählen? Den Quatsch, bei dem ein Gericht gesagt hat, darfst du nicht, wie zum Beispiel das Oberlandesgericht Hamburg in Bezug auf die Berichterstattung über das Potsdamer Geheimtreffen in der Tagesschau. Oh ja, das sind tatsächlich illegale Fake News. Du hast recht, schönes Beispiel. Das wären sie, ja? Dieses Thema könntest du noch so viel länger behandeln, aber ich glaube, das Wichtigste habt ihr mitbekommen und es dauert auch schon lange genug. Wir sehen hier gerade wieder, wie Zensur geoutsourced wird, man einen Winkelzug betreibt, dass NGOs im Endeffekt deine Drecksarbeit unternehmen, ja, sie ausführen, dafür weiterhin Steuergeld von euch allen in den Allerwertesten geschoben bekommen, um es auf gut Deutsch auszudrücken. und wir immer mehr in einer Dystopie zu leben scheinen. Willkommen in der Welt der sogenannten Trusted Flagger. Wenn die was melden, ist es dann auch weg. Ich empfinde eine tiefe Abneigung am Rande der Strafbarkeit. Eine Abneigung am Rande der Strafbarkeitskarte, ganz knapp davor, ja? Ganz knapp davor. Ich bin ja als jemand, der Hass zum Beruf gemacht hat, weiß ich natürlich ganz genau, was darf ich noch sagen. Da haben sie uns vorhin ganz korrekt charakterisiert. Ja, von da ist das mein Statement. Ich kann dazu einfach nichts mehr sagen, ja? Wir beobachten es weiter. Ich mache noch ein Video dazu und es wird noch lustig, meine Freunde. Wir können Wetten abschließen, ja? Wird die nächste Trusted Flagger Organisation vielleicht HateAid? Oder wird es jemals eine Organisation, in der kein Steuergeld drinsteckt? Ja, das könnt ihr euch mal an der Stelle überlegen. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Ja. Wir sind durch. Lieber Clowny, ich danke dir, du warst ein großartiger Gast. Vielen, vielen Dank. Ich danke allen Zuschauern. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, die letzten Worte gehören dir, lieber Clowny. Ich würde einfach sagen, ein bisschen Ketzerwabe schadet nie und PC, ne? Vielen Dank. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Macht's gut.